Tobias Hans ist seit 100 Tagen Ministerpräsident des Saarlandes. Herr Hans, welche Zwischenbilanz ziehen Sie? Was haben Sie in den vergangenen 100 Tagen im Saarland und mit Saarländern erlebt? Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich mit Tag 1 anfange, meine Arbeit zu machen. Und ich habe mich bemüht, vor allem bei den Menschen vor Ort zu sein. Es haben sich ja viele gefragt, wer ist der Neue eigentlich, was ist das für ein Typ? Und deswegen habe ich auch in diesen 100 Tagen über 100 Termine vor Ort gemacht. Ich habe mir aber auch Betriebe angeschaut. Ich habe Termine mit der Wirtschaft gemacht und habe vor allem auch sehr viel Zeit darauf verwendet, mich in der saarländischen Hochschullandschaft zu informieren über die anstehenden Projekte. Und ich muss sagen, das waren sehr fordernde 100 Tage. Aber es waren auch 100 Tage, die mir sehr viel Freude gemacht haben. Denn ich habe viele Menschen getroffen, die hoch engagiert sind hier im Saarland. Und vor allem ist eines deutlich geworden, die Saarländerinnen und Saarländer sind von Herzen gerne hier im Saarland und können überhaupt gar nicht verstehen, dass nicht ganz Deutschland den Blick auf das Saarland lenkt. Und deswegen habe ich in diesen 100 Tagen ganz viele Saarland Botschafterinnen und Botschafter getroffen, die hervorragende Dinge leisten in ihrem Leben und über die wir auch in den nächsten Jahren auch in Deutschland und in Europa sehr viel mehr hören werden. Welche konkreten Projekte wollen Sie in den nächsten Wochen und Monaten angehen? Im Saarland gibt es im Moment viele Herausforderungen. Haben Sie eine Prioritätenliste? Ja, wir müssen im Saarland den nächsten Strukturwandel meistern. Wir sind Industrie- und Automobilregion. Wir müssen es aber schaffen, hin ins Zeitalter der Digitalisierung zu kommen. Deswegen brauchen wir Veränderungen im Bereich der Industrie. Hier müssen wir die Menschen fit machen für Industrie 4.0. Und wir müssen den Menschen auch klar machen, dass künftig sich alles ändern wird. Die Arbeitswelt von morgen ist eine andere Arbeitswelt von heute. Man muss, wenn man nicht in Kauf nehmen will, dass Leute zurückbleiben im Zeitalter der Digitalisierung, vor allem auf die Themen Bildung und Weiterbildung setzen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und da sind wir im Saarland sehr gut aufgestellt. Wir haben eine hervorragende Hochschullandschaft. Wir haben eine hervorragende Weiterbildungslandschaft auch mittlerweile entwickelt. Und da gilt es jetzt in den nächsten Jahren auch echte Schwerpunkte zu setzen. Wir sind schon jetzt Weltführer. Wir spielen in der Internationalen Champions League, was das Thema Künstliche Intelligenz anbelangt. Wir sind hervorragend aufgestellt im Bereich Cybersicherheit. Und das sind neue Schwerpunkte in der Forschung im Moment, die wir jetzt übertragen müssen, auch in Technologie, in der Produktion. Wir müssen neue Unternehmen gründen. Deswegen will ich das Saarland auch fit machen zum Hotspot für Gründerinnen und Gründer. Dazu brauchst du aber auch mehr Kapital einfach. Und dieses Kapital, dieses Wagniskapital müssen wir versuchen ins Land zu bringen. Und deswegen müssen wir Werbung machen für unser Saarland auf allen Ebenen. Ich habe das auf Bundesebene angefangen und ich werde das künftig auch auf europäischer Ebene noch mal weiterführen. Denn ich glaube, das europäische Projekt ist für uns Saarländer immer noch ein Zukunftsprojekt. Deswegen gilt mein Fokus auch darauf, die deutsch-französische Zusammenarbeit noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen unsere Frankreich-Strategie nicht nur zu einer Spracherwerbsstrategie formen, sondern auch zu einer wirtschaftlichen Strategie. Das Saarland soll der Ansprechpartner für Frankreich werden. Aber das Saarland soll auch der Ansprechpartner in Deutschland sein für das Frankreich-Geschäft. Und da können wir noch mehr erreichen. Das sind Pläne. Wie sehen Sie das Saarland? In fünf Jahren haben Sie einen konkreten Plan. Wie sieht es hier aus? Vor allem ist wichtig, dass das Saarland das lebens- und liebenswerte Bundesland bleibt, das es jetzt ist. Deswegen müssen wir unsere Heimat auch fit machen für die Zukunft. Das gilt nicht nur für den städtischen Raum, sondern auch für den ländlichen Raum. Ich will, dass man im Saarland, egal wo man lebt, egal ob in Saarbrücken, in Saarlouis, in Neunkirchen oder aber auch in Bliesransbach oder im ländlichen Raum generell, dass man überall das Gefühl hat, wir sind an der Spitze der Zeit. Wir sind das modernste Bundesland, das es gibt. Wir sind das schnellste Bundesland, das es gibt. Und warum soll man nicht, wenn man im Saarland lebt, zum Beispiel seinen Bauantrag auch digital einreichen können, sein Auto ummelden können digital, seinen Personalausweis beantragen können oder vielleicht eben auch Vereinszeiten in Hallen buchen können. All das kann im Saarland schneller geschehen als anderswo. Und deswegen wünsche ich mir ein lebens- und liebenswertes Saarland auch in fünf Jahren, das aber vielleicht, was die Digitalisierung anbelangt, doch ein Stück weit besser ist als unsere Nachbarbundesländer. Tobias Hans ist seit 100 Tagen Ministerpräsident des Saarlandes. Die Nachbarbundesländer Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Nachbarbundesländer Die Nachbarbundesländer Die Nachbarbundesländer